Hallo und herzlich willkommen zum ULTRA VOTE GAMES, zusammen mit Let's CRODI! Yeah, Adventskalender! Uh, Adventskalender! Yeah! Jetzt wirst du am Ende copyrighten, Musik. Oh Gott! Was hat jetzt passiert? So, wir müssen Sacken ausweichen. Das ist das Tempel Run für Arben. Ja! Ja! Pass auf, Stein! Stock! Nein! Stock! Stein! Brücke! Stock! Stock! Brücke! Stock! Stein! Brücke! Stein! Oh Gott, es gibt drei verschiedene Sachen, die ich töten kann. Stock! Nein! Spitzer Stein! Oh, jetzt wird es interessant. Oh, es wird noch schneller! Yeah! Das kann man die Story von euch erzählen. Ja, dann macht das! Ich hab gesagt, du! Also, ich! Oh nein, was passiert? Oh Gott, Jesus! Wir haben heute ein Weihnachtsquiz gemacht in der Schule. Ich hab alle abgezogen. Wuh! 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 Was ist mit der Hölle? Ich hab tatsächlich was im Religionsumdurcht mitgenommen, was mir heute was gebracht hat. Oh Gott! Brücke! Jesus! Ah! Ich hab tatsächlich was im Religionsumdurcht mitgenommen. Da hat mir heute geholfen. Junge, es ist zu übertrieben laut, warte mal! Ey, 242 ist machbar! Kann ich das Game irgendwie muten? Nee! Nur für die Aufnahme. Können Sie es noch leiser drehen? Ich dreh's einfach ganz runter. Echt jetzt auf... Eins! Wow! Oh! Oh! Wo sind wir denn überhaupt? Du musst es erst mal nen User nehmen. Was ist denn der Score? Äh, 60 irgendwas. Ja! Da! 65! 28! Komm! Welcher Rekord ist drinnen? Wann kommen wir aus dem Ding? Ah! Welcher Rekord ist drinnen? Welcher Rekord ist drinnen? Welcher Rekord ist drinnen? Es sind nur 200. Wir kommen jetzt auch zu... Ja! Ja, die Hölle macht mich halt... Ich muss kurz was von meinem Bier trinken. Die Hölle macht mich halt fertig! Ja, Hölle... Hölle Schmölle. Das könnte man auch schon fast das in seiner gelten lassen. Ja! Okay! Jetzt holst du dir die 200. Anscheinend haben wir zwei... Drei Leben, okay. Drei Leben haben wir. Krass. Concentrate... Concentration. Concentration... Concentration is on board. On board! On board! Die tauchen anders auf und ab beim letzten Mal! Ja, halt auch wenn ich das gemerkt hab! Ja! War schon immer knapp vorbei, ne? Ja, das war schon richtig knapp! Ja, das sind doch schon spitze Steine da! Stimmt, die waren davon nicht da! Ey, man sieht die Stämme nicht! Die Stämme, die sind so'n bisschen asozial! Die Stämme, die sind so'n bisschen asozial! Jetzt schon?! Boah, da war ne Brücke! Alter! Die Brücke war aber close! Die Brücke war aber close! Shit! Ich fiel die 100! Das war nichts, das war nichts! Wer sind wir eigentlich? Wir brauchen irgendeine Story! Wovor fahren wir weg? Ich fiel die 100! 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 Okay, lass ich kälten! Also wir haben heute in der Schule einen Weihnachtsgruß gemacht! Und da war so eine Frage, yo! Ja, die Wissenschaftler haben ja bewiesen, Jesus wurde nicht genau am 25.12. geboren! Also am 25.12.0 geboren! Und dann, ja, wann wurde er dann geboren? Äh, 30 vor, na 30 nach Christus, 4 bis 8 vor Christus, 4 bis 8 nach Christus. Kann ich mich ganz genau daran erinnern, wie wir das im Religionsunterricht durchgenommen haben, ne? Dass das, äh, vor Christus war. 4 bis 8. 4 bis 8, ja. Wusste ich noch. Huh! Huh! Und die andere Frage war, ähm, wo die Weihnachtsinsen sind. Und da wusste ich auch, easy, dass die im Indischen Ozean sind. Huh! Und ich war der Meinung, dass die in englischsprachigen Ländern zu Weihnachten ne Taube essen, statt ne Trushan. Aber es war der Trushan. Boah, alter! Ah, 101! Aber 101! Boah, erst mal Update! Wo sind wir? Ja? Achso. Also, wir müssen nochmals ermitteln. Ja! Boah! 15! Das ist Mathe-Mann! Ich glaub, Mathe-Mann können wir doch überholen. Boah! Ob das, ob das so Leute sind, die wo das im Adventskalender bekommen haben. Safe! Was ist sonst? Warum sollte man sich so ein Spiel kaufen? Das wär ein Game für ein 24 Stunden Stream gewesen, wo ich wochen bleiben hätte können, dass du weg warst. Nein! Never! Ja doch, man muss sich konzentrieren. Oder man... Ja, ich glaube, dass das so nach dem zweiten Run irgendwie einfach nur noch geradeaus in die Brücke fahren wäre. Ja! Oder man ist dann noch müder. Ja! Schon eher! Diese Baumstämme! Die Baumstämme sind richtig asozial! Ja! Du hast gleich die 30 erreicht, dann kommt Jesus! Also der andere Jesus! Der Pöse! Was hast du dir wirklich gelegt? Ja, ist er schon! Saddam! Was hast du dir wirklich gelegt? Ich würde gerne wissen, was nach diesem... Rot kommt. Ob das vielleicht noch ne Stufe schlimmer werden kann? Wie bist du ja... Schon wieder 101! Wie wurdest du da gerade nicht getroffen? Hört mich nicht! Ich hab keine Ahnung! Alter! Aber vielleicht... Vielleicht kann man ja nachdem man durch die Hölle gefahren ist in den Himmel. Oh nein, für was fliegen wir dann? Jesus! Ich bin noch am Schwanken zu dir. Ich hab dir ja letztens das geschickt, was mir Amazon so vorstellt, was ich zusammen kaufen soll mit einem Hauch von Tüll. Naja. Ich bin jetzt noch... Ich bin jetzt noch im Überlegen, ob ich wirklich einen Hauch von Tüll kaufen soll. Oder einfach Keanu Reeves als Jesus. Boah! Das wäre auch strong. Achja... Und da kommt die erste und da fährst du rein. Kannst du gegen die Totenköpfe fahren? Oder bist du einfach tot? Mhm. Das sind wirklich wenig Brücken. Wir dürfen das Wort nicht sagen. Jedes Mal dann ist einer gekommen. Ah, die Brücken. Nein! Nichi-ih-uh-aa… Nein! Ne! Nein, nein, das ist immer noch ein士... Fuck genauso ein士! Komm... Es ist da frisst du der High-Score dauer! Ich dingeli, das wär clairement dein normalen Score. Ja, nah. Es ist многичеマenst, dass man die Normalen nicht sieht. Der steht oben rechts nur. Du kannst mich bei jedem 30er updaten. Okay. Oh, ne Brücke. Oh, ne Brücke. Ach, schade. Schon schön gewesen. Ja, schön gewesen, ja. Und du stresse ich. Okay. Ne Brücke. Ne Brücke. Ne Brücke. Was 60? Ich glaube, die Brücken sind schilliger als alles andere. Was nicht so in den Weg geworfen werden kann. Was 90? Oh Gott, das waren gleich zwei Hits. 116. Aber das ist schon mal besser. Aber das ist nicht Mathe, Mann. Warte, Mann, wir zehn mehr. Zehn mehr. Da hättest du gleich Bootmann auch mit überholt. Uff. Oh, die Brücken waren schon strong, wie ich da durch bin. Zwei Brücken miteinander, Digga. Und ich geh nicht einfach bloß... So oft. Ich geh nicht einfach bloß rechts drücken. Ich switch noch nach links rüber. Jetzt ist alles gut gegangen. Recht viel besser hättest du ja nicht laufen können. Drei. Schau mal vor, man könnte noch bremsen und beschleunigen. Ich finde es aber schön, dass er die Hitbox von dem Boote echt eng gemacht hat. Okay, Concentration is on. True. Concentration mode is on. 50. 50. Oh. Das ist der Rock. Fuck! Junge! Das halt nicht. What the fuck? Da wurdest du halt richtig ran genommen. Ja, also... Da würde ich es überhaupt nicht wieder. Ach, Gott. Oh. Ich weine. Ich weine. Alter, pass auf. Okay, da war es. Das war es. Ja, das war es. Ja, kill dich. Schwach. Schwache Leistung. Ja. Scheiß Baumstamm. Ja, Baumstamm war es. Ja, da kommst du aus dem Unterholz. Da kommst du aus dem Unterholz. Das haben Stöcke so anzieht. Voll überlaufen, was das reißt. Ja. Ja, irgendwann muss er mal aus dem Unterholz gekommen sein. Oder aus dem Überholz. Uh. Okay, Concentration. Concentration Mode? Ja. Denk am Mathe, Mann. Du musst ihn überholen. Du darfst erst in der zweiten Höllenhälfte ein Leben verlieren. Okay. Oh! Oh, Perfekt. Die zweite Höllenphase. Ah, ah. Fuck. What? Ah! Ah, da war ich zu. Das ist weiter links gefahren. Ah, scheiße. Belast du. Ja, ich find das einmal blinzeln. Wenn ich einmal blinzle, hab ich schon so die Konzentration verloren. Ich darf nicht blinzeln. Weiter. Mathe, man muss gefallen werden. Die wollen werden. Gib acht. Lassen Sie auf. Ich will nicht, wenn es keine Gamer ist, ist es schon... Entschuldigung. Ja, wir haben auf jeden Fall so viel Spaß mit mir, fast noch nichts anderem. Ja. Bunnyhop war sehr nah dran. Ich glaube, hiermit haben wir mehr Spaß. Concentration Mode ist on. Ich hoffe, der Ersatz heute schon gefallen ist. Ich habe mir gerade gedacht, du hast Damage genommen. Was für Drogen hast du eigentlich jetzt eingeworfen? Dass plötzlich das Wasser zur Hölle wird. Was ist das? Das ist das. Ich hoffe, ich glaube, ich sehe, ein bisschen zu kommen. Ich bin von Konzentration. 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 Strong, strong. Konzentration. 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 Es gibt uns schon keine neue Phase mehr. Oh doch, jetzt explodiert die Hülle noch Wenn man einmal im Flow ist. Das ist zu geil. Fuck, 299, so knapp von den 300, so knapp von den 300. Oh, wir sind Platz 1, wir sind Platz 1, wir sind Platz 1, aber wie auch, wie auch, 57, 57 vorne. Oh, ich war so konzentriert, scheiße, die 300 hätte ich gerne noch geknackt. Ja, schade, aber trotzdem. Vielleicht wird man wieder. Ich war so hart auf konzentriert. Das ist schön. Wir werden in eine neue Phase gekommen. Safe. Boah. In 3 Jahren schau ich mal wieder vorbei, wir haben einen Score gebeten. Boah, würde ich sagen, das war's in der Folge. Ja, das ist ein random Video, wäre auch schon was. Stimmt. Lasst einen Like und einen Abo da, wenn ihr euch gefahren habt. Schaut bei letzternes Kanal vorbei, schaut bei uns auf dem Twitch-Kanal vorbei und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020